Sokrat Gailer sich wie aufgängend aber die Hintergrat voll dumm RR Jim Wampung schwedisches St. Kriet in Schweden ein ein sie er auch geschmarr ist sie das ist die Hr München Gott hat es da oder war doch ein Riesen Salamander mit Marsch schien schon mal ich bleibe wird der Baby es gibt sie habe ich auch verfolgt bort machen er hat Kurschen die Reiterbaut an an es ist irgendwie herunterbekommen schön auch die aus dieser scheiß Sicht ich habe ja noch wieder hoch mit der Granate das war jetzt richtig stylisch in der schönen fähig gewesen der kanal der wochen die geile gleicher stückstock wegen die acht wird so viel künftig zum schlagen nehmen abwarten n nicht gewalttätig doch 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 aber auch jetzt nicht ausreden nicht gewaltt man so richtig gewalttätig es ist schon einer von den obergewalttätern viel Fledermäuse die aber ich noch gut hin und der Meuten ja warum sagen die andere Seite wenn ich runter springen na aber so auf die andere Seite mal an tsch ja ja nie ganz ruhig kann auch ruhig in nur mit ihm die Welt auch warum nicht gleich und denn wenn rät so was kann das ist noch für was braucht glaube ich nicht schlangen der Verlagerung was braucht im Aufenthalt hoch schütteln sehr hoch müssen und irgendwie ja und er merkt hier in dem jetzt die vielen mehr zum Klettern Mio in denen die Läden in die Kröter hat muss nur die Leid Klettern 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 das ist auch nicht gewesen das Stimmte gibt es ja hier auf der anderen Seite auch noch was zum Locker Klettern dort noch nur ein ihr scheiß Fledermäuse ihr kennt mich mal und Punkt Punkt Leisure K K K Lern aber wie kann ich mich dann abzahlen das geht doch auch nun bei mir da auch irgendwie wird wo es gehen wird schon gehen und zufrieden schuldet ihr auch wieder nicht ja aber schon der gleich tot wenn er kein Wälder kein Leben hast drauf geschissen er ist nicht glaubt ist in Stattdauer niemand vor Kaputtmann 8 die Zeit mehr die Treib er trägt das Heiztel und teuer die Scheiße es geht es geht und nicht 40 bis 50 Euro es geht es und zu tun die Plächer wünscht sich aber zu halten so billig Kontrollern Niemann kommt mir die Brunnen auch mitsch älter schon wieder runder geflogen es ist nicht doch es ist so ich habe schon so lange nicht mehr gespielt ja aber wir werden es schaffen keine Sorgen der Schuss 1 die Rundung die Röckert Schäden mit Moment in der Karp Röllen nach Schott kann ihn verschieben in den Sonnenlieb Das machen wir hier die Riesen-Eidechsen hier. Weghaut! Schlammern. Oh, Junge, alle. Ah, cool. Controllers lernen, was? Cool. Ah, bisschen wird er noch halten. Abbiezen. Ja, das ist nicht so. Soll ich zwei verbrauchen? Aber hat der anderen... Massen soll es wegnehmen. Oh, du hast ja auch fast selber getötet. Na, schön durch die Wand. Naja. Ja, ja. Ja, ja. Gibt's nicht hin. Irgendwo in die Tiefe. Also noch tiefer. Genau. In die Unterwelt. In Himalaya. In Himalaya. Ja, ich bin noch in... Tibet, oder? Thailand. Die Architektur hier ist anders. Erinnert nicht an die Ruinen von Niflheim. Junior hier. Ihre Architektur, oder? Bla, bla, bla. zweiise. nee. Maschinen wie wir jetzt heute. Disney... diese armen Schweine wir machen ja alles kaputt Standard Nürburgring Freilein Nürburgring was er selber gut ist die Antwerp mit Prozent Kunstkreis Rätsel Hilfe die Riesen-Eidechsen sie kommen rennt um euch erleben doch soll bloß eine na richtig schön getan bei den Pflanzen wenn ich über die Kinder achte drauf dann ziehe ich sie gar nicht naja da ist nochmal eine wow Alter was machen die die kommen hier hoch jetzt habe ich Angst n machten wir auch an Prozent 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 wer hat meinen war die Fauchen mit zum Takt oder was wird ganz gut Prozent das aufgehört am Rhythmusgefühl die Viecher mhm okay mhm okay Prozent oder macht 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 überhaupt nichts da wird einfach nur steht wird gestellt dann schnappt gut mit jahren ich meine Güte rutscht die ganze Zeit ab mhm und ja auch dort ein Sturmgewehr und nichts wechseln kann mhm ammer was hat er sich um die Gäste genommen und wird nachvollen schon mal richtig gelockt na na so haben die Spielen wirklich dabei wohl wie ein Fall ne ich weiß es einfach nur nicht weil man muss mit drei Ecke mit Pfeil muss doch hoch hier eine Bäume wo das Schilder wird Bäume hoch aber hier können oder wo wo als kommt man möchte irgendwie nach nach oben kommen mhm mhm ich war mal ab der Schilder geht schon mein in da so man nicht ja und Mott dort und die der wenn wir kommen muss so runter klar erklärt und dort wird es mit mir zum Schluss für Leben der Schätze ja wir können klarten und kommen wir leben ja wir müssen aber jetzt irgendwie hier hochkommen diese ganzen scheiß Drecksviecher man kann ich ja gar nicht ausweichen ja jetzt hab ich kein hab ich kein Medikit mehr gar nichts mein das ja immer das ich auch wieder auf oder das ich auch wieder auf oder mhm naja ganz langsam wow na doch geh ich Jetzt lade es sich nicht mehr auf. Ja, machen wir mal weiter. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wie das schon ein bisschen schwer naja keine Ahnung weil sie nicht wenn man ja so sieht und ich auch mal sagen wenn ich halt aber ein nächstes Mal erfahren ob wir es nicht weiter schaffen oder auch nicht ich genau doch wir wollen nicht mal ein bei Let's Play Tom Rydor an und Dauer mit LPD ja mir Martin und ja und Florian das ist dann Schauerleute haus rein Mochzi Jutsch